Wenn sie gerade denkt, hören sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Hören sie zum Runde-Vu oder nach Haus? Ladda, 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 ladda. Was will der blöde Kerl dahinter hier durch? Ich frag mich, warum überholt er mich? Der hängt schon in der Heimkunde, die Heimkunde, fängt nicht hinter mir. Und er fährt ohne Licht, so schön, wenn Leipzig! Der kann schon hundert Kilometer, der ist ein Pass-Pillig. Mensch, fahr an meiner Ente, doch vorbei, ich fühl mich richtig wohnen. Will er mich kontrollieren oder will er mich entführen oder ist das in Zivil, die Polizei? Du hast keine Welt gemacht, ob du es nicht gemacht hast. Heute ist ein schöner Tag, dort werde ich mich verstecken. Immer irgendein Bild stecken, verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Hause. Bye, bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinkerarm, hier fährt sie raus. Für mich wird in zwei Stunden auch der Bahn zu Ende gehen. Noch nicht, mein Mädchen, werd ich nie mehr sehen. Das ist doch, mein, der Tone, der will. nicht mehr croaking, die Sie müssen, dann stecken Aber nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020